Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin sie Pamela. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Schminkvideo bzw. ein Boxing von der Everyday is a Mystery von der Essence and Beauty Band. Dieses coole Set habe ich nämlich gewonnen. Ich freue mich so sehr. Danke nochmal an das liebe Essence Team. Ich habe noch nie bei einem Gewinnspiel so was tolles gewonnen und ich habe mich mega gefreut. Ich würde sagen, wir machen da einfach gleich mal ein Schminkvideo draus. Falls euch Beauty auch so interessiert wie mich, lasst mir doch gerne ein Abo da. Für all die, die wieder eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder da seid. Und ja, ich dachte zwar das Schwämmchen ist auch dabei, weil auf das habe ich ja einen Augenmerk gelegt. Aber das habe ich dann irgendwie nicht mehr bekommen bei uns in Österreich. Aber diese schöne Palette war hier dabei. Die ist wirklich wunderschön vom Design her. Und das sind die Farben. Also da ist auch noch die Folie drauf. Ich mache mal den Spiegel ein bisschen weiter weg. Ich sollte mal die Folie machen. Das Ganze gleich noch ein bisschen besser. Die Brass Glitter werde ich auf alle Fälle nicht benutzen. Die sind immer ein bisschen zu heavy. Aber ich dachte mir, wegen meinem Pullover, dachte ich mir, ich werde auf alle Fälle den Elphi Ton benutzen. Und vielleicht einfach den Schimmerton noch benutzen. Da sind noch drei aktivierte Waterliner dabei. Also Eiliner. Da muss man ein bisschen mit Setting Spray draufsprühen. Und dann kann man den Wing ziehen. Das kann man auch noch machen. Das überlege ich mir aber noch. Dann ist noch dieser schöne Blush Stick drinnen. Ein BH Reacting Blush Stick. Das kann man sich einfach nur so auftragen. Oder man geht mit dem Pinsel gleich da drüber. Und dann glaube ich verfärbt sich der Rosa. Weil ich habe eh einige Unboxings gesehen. Und dann haben wir noch diesen wunderschönen Lipgloss. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, dann würde ich sagen, dann legen wir gleich einmal los. So, einen Primer habe ich mir jetzt schon aufgetragen. Ich glaube, ich sehe das jetzt gar nicht. Das ist der Revolution Primer in Lila. Weil der ist ganz durchsichtig eigentlich. Und da steht sogar eine Beschreibung drinnen, wie man sich diesen Wing machen kann. Vielleicht probieren wir das gleich einmal aus. Das habe ich eh noch nie so gemacht. Also da muss man sich quasi den Pinsel nehmen. Der was hier drinnen ist. Spray. Und die sagen quasi, man soll diesen braunen nehmen. Aber ich meine die Farbe. Also es ginge der rote, der grüne und der braune. Da ich aber den rosenen Ton machen will. Vielleicht mache ich mir den. Ich muss einmal überlegen. Soll ich mir den roten und mit den einfach ausblenden. und den aufs ganze Lid könnte ich machen. Dann würde ich mir glaube ich sogar diesen roten Wing machen. Also sprühe ich mir da ein bisschen ein Setting Spray rein. Genau. Dann gehe ich mit dem Pinsel hier rein. Das saugt aber wirklich sehr sehr schnell auf. Ah! Okay. Sieht man ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal rein sprühen muss. Aber eigentlich sieht man es eh schon ganz gut, ne? Und jetzt soll man quasi mit einem Blendebindel, denke ich, den soll man nach oben hin ausblenden. Okay. Aber mit einer Spitze. Das ist der 26er. Und den würde ich jetzt einfach versuchen mit diesem rosa Zweckspulli auszublenden. Nach oben hin. Nach oben hin. Und habe jetzt einmal was anderes ausprobiert. Weil diese leider wollte ich schon immer mal testen. Und finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt nehme ich meinen Finger und gehe ins... Ja, so ganz goldig will ich nicht gehen. Gehe in diese Süße, in diesen Süßzitron rein. So schaut der aus. Und den platziere ich mir jetzt hier oben. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich krass. Und das gebe ich mir jetzt wirklich all over aufs ganze Lied drauf. Ja, das kann man schon machen, ne? So. Und jetzt werde ich mir noch einen Wing unten ziehen mit dem Pinsel. Die Frage ist nur, welche Farbe... Ich glaube, ich nehme den. Das ist einmal dahingestellt. Außerdem möchte ich den nur so die Hälfte machen. Okay, der funktioniert aber eigentlich ganz gut. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. So, und die hat dann quasi noch... Okay, noch... Okay, noch... Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Also ich versuche jetzt hier vorne noch von dem Liner ein bisschen was hinzupacken. Genau, da sehe ich nur, habe ich hier in der Ecke ein bisschen was gemacht. Und jetzt brauchen wir noch für was unter die Wasserlinie. Ich glaube, da würde ich gerne in dieses Lilla reingehen. Das, was wir hier haben. Aber die Farbabgabe, die ist gut. Ein bisschen länger hier drauf geht, wo man hier die Farbe aufs Lid bringt, dann kann man sich hier auch noch einen zweiten Wing ziehen, da der erste eh ein bisschen in die Höhe geht. Das finde ich schaut auch gar nicht so schlecht aus. So, für den Innenwinkel hätte ich schon noch gerne irgendwas Schimmeriges gehabt und nicht die gleiche Farbe, was ich am Lid habe. Da habe ich aber eigentlich nur mehr diesen goldenen Ton. Bleibt mir leider nichts übrig, als diesen Ton zu nehmen. Weil sonst leider kein Glitzerton mehr in der Palette drinnen ist. Und ab. Aber man sieht sie, sie ist ein bisschen anders, aber nicht viel leider. Ich finde, da hätte noch ein etwas anderer Schimmerton gehört. Weil wenn man wirklich ein Schimmer aufs ganze Lid auftragt, bis auf die Pressglieder, die möchte ich nicht verwenden, hat man eigentlich nur zwei Schimmertöne. Aber ansonsten, die Farbauswahl ist nicht schlecht, wirklich. Ich würde nur bemängeln, dass ein anderer Schimmerton mehr gehören würde für den Augeninnenwinkel. Vielleicht irgendwas mit rosa oder lila, flieder, irgend sowas in der Richtung wäre echt gut gewesen. Aber ja, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung dazu. Genau. Jetzt werden wir... Alleyner brauchen wir jetzt keinen mehr. Habe ich schon gemacht. Ich brauche eigentlich nur mehr einen Kajal für die Wasserlinie. Und dann kann man schon mit einer Wimperndusche weitermachen. Ich überlege gerade, welche Farbe ich nehmen soll. Also wie ich könnte irgendwas mit rosa, weiß, lila, sowas in der Richtung, ne? Paula. Auf die Wasserlinie draufsetzen. Und der ist wirklich gut. Den finde ich richtig gut. Der war auch nicht so teuer. Den habe ich im Abverkauf gekauft bei Gleam Shop. Und ich glaube, der ist schon wieder abgebrochen. Da vorne die Spitze. Ja. Und der haltet extrem lange. Ich habe den letztes Mal auch oben gehabt. Und der hat echt den ganzen Tag gehalten. Und ihr seht, wie gut pigmentiert der ist. Also ich mag den richtig, richtig gerne. So, jetzt werde ich mir gleich einmal die Wimperndusche auftragen. Dann werde ich diese zwei auftragen. Und dann werde ich mir auch gleich die Augenbrauen machen. Und dann sehen wir sich gleich wieder. Meine Base habe ich jetzt schon aufgetragen. Die Augenbrauen habe ich gemacht. Kontur und Bronzer habe ich auch schon aufgetragen. Und jetzt machen wir den Schimmer. Schimmer sag ich. Den Plastik. Ah, da steht er. Aber man kann ihn nicht mit dem Pinsel auftragen. Weil der reagiert ja mit der Haut. Das heißt, man muss sich das da so auftragen. Ja, das wird auch schon pinky. Dazu passend zu meinem Augen-Make-up finde ich. So, und jetzt nimmt man sich quasi einen Pinsel. Oder nein, ich glaube ich nehme ein Schwämmchen. Und verteilt sich dann das noch ein bisschen. Ja, das schaut so richtig aus, wie wenn man draußen in der Kälte gewesen wäre. Da braucht man gar nicht mehr viel machen. Nur ein bisschen verteilen. Ja, das ist eigentlich okay, würde ich sagen. So, und dann nimmt das immer sehr, sehr viel weg. Das heißt, ich gehe da richtig, richtig krass rein hier. Genau. Das glaube ich unter dem Bronzer auftragen. Und nicht über dem Bronzer. Weil sonst ist der ganze Bronzer irgendwie weg. So, das verteile ich hier noch ein bisschen. Das schaut jetzt natürlich schon sehr, sehr pinky aus. Ich glaube, ihr seht es jetzt auch schon langsam in der Kamera. Weil die Kamera kann es irgendwie gar nicht einfangen, das Pinkige. Kommt es mir so vor. Aber es ist noch okay. Und dann muss man aber immer auch den Stick danach ein bisschen reinigen, finde ich. Sonst hat man da immer Make-Up-Reste drauf. Das ist sicher gut für Bakterien und so weiter. Ja, jetzt machen wir Highlighter. Machen wir einfach weiter. Und ich habe so einen schönen. Und gehe in das Chilling rein. Und das hat so weiße Sparkles auch drinnen. Und sollte eigentlich auch lila sein. Ja. Oh ja, ist schon leicht lila. Auf alle Fälle. So, noch hier. Hier, hier, hier. Und dann noch hier oben. Genau. Hier sieht man schon ganz schön. Aber irgendwie ist heute die Kamera irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen überbelichtert. Aber vielleicht wegen dem Licht, was hier reinkommt. Es ist doch jetzt ein anderes Licht im Winter wie im Sommer. Ja. Jetzt traue ich mir noch den Puder auf. Das Super-Matt-Puder. Obwohl, ich finde das gar nicht so super-matt. Da gehe ich mit meinem großen Puderpinsel rein. Und verbinde hier einfach die Texturen. So, und jetzt nehme ich mir gleich einmal einen Setting Spray. Die Reihe vom P2 habe ich den noch immer. Da kommt relativ viel raus. Aber wenn man es weit genug weghält, dann funktioniert das schon. Dann noch ein bisschen fixieren. Auf alle Fälle. Aber irgendwie nimmt man sich dann doch ziemlich viel dieses rosa an den Blaschlader wieder runter. Das habe ich nicht bedacht irgendwie. Weil, das geht sonst nicht. Also es ist schon ein bisschen anders, wenn man mit gelben Produkten arbeitet. So. Und ich finde auch, das Puderprodukt hat ein bisschen zu viel geschluckt. Aber vielleicht geht das ja doch, dass man das mit einem Pinsel auch aufträgt. Ich weiß nicht genau. Das müsste ich am nächsten Mal noch versuchen. Mhm. So. Und jetzt gehe ich nochmal in den Highlighter rein. Weil, da sieht man fast gar nichts mehr. Auf alle Fälle. Und das noch ein bisschen besser zum Verbinden. Ja. Ich finde, so ist das echt okay. Aber wie gesagt, von der Kontur oder vom Bronzer sieht man gar nichts mehr. Ich glaube, ich werde deswegen jetzt da noch ein bisschen in den Bronzer reingehen. Dass ich da ein bisschen ein Bronzer zumindest noch habe. Weil, das ist echt schade, dass da nichts übrig bleibt mehr. Und zwar das Lipgloss, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. Okay, ist einfach nur ein durchsichtiges Gloss. Zumindest ein bisschen eine Farbe hat, aber das hat überhaupt keine Farbe. Das kann man dann gut benutzen, wenn man vorher einen Lippenstift aufträgt. Und... Aber, das kribbelt ein bisschen. Oh, das ist ein Plumping Lipgloss. Okay, ich muss schauen. Wenn mir das noch zu sehr prickelt, dann werde ich es runter machen. Aber, wenn es so bleibt, geht's. Soll halt quasi die Lippen auch ein bisschen aufplumpen. Und deswegen ist dieser Effekt auch so. Genau. Ja, das ist heute meine Frisur. Auf der Seite ist es sogar schon ein bisschen aufgegangen. Ja. Genau. Aber auf der Seite komischerweise nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. I don't know. Vielleicht muss ich mir hier oben noch einen Ringel reinmachen. Dann bleibt das vielleicht so. Keine Ahnung. Okay, das war jetzt mein Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ein nettes Kommentar. Und auch wirklich, wirklich gerne ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.